so da bin ich wieder back mit inscription mittlerweile folge 4 und letztes mal habe ich eigentlich durchgespielt dachte ich zumindest bis er mich dann hier wieder an den anfang gesetzt hat aber dadurch dass jetzt so viele neue sachen dazu kamen wie die knochen und ähnliches denke ich ja das wird noch weitergehen das war noch nicht alles und deswegen werde ich jetzt versuchen ihn noch mal zu besiegen das problem war ja als ich es geschafft habe ihn zu besiegen gab es diese kamera die ich mir von ihm nehmen konnte und ich konnte ein foto von ihm schießen aber irgendwie hat es nicht funktioniert aber das wäre der punkt gewesen an dem ich ihn eigentlich hätte auf bild einfangen müssen und besiegen müssen so ich wüsste jetzt nicht was anders sein sollte wenn ich ihn noch mal besiege ja danke für den kojoten und ich bekomme eine runenfigur eine uralte frau kam hinter einer eiche hervor sorgsam arrangierte sie detaillierte holz schnitzereien und deutete dann brüsk darauf stinkend vier knochen beim tod und rücke eins weiter nach rechts das sind die drei fähigkeiten die hier angezeigt werden bei dem stinkend kriegt das gegenüberliegende monster minus einen angriffspunkt die knochen sind cool die angriffspunkte auch ich wähle die knochen denn da fehlt ja noch der kopf du nahmst das angebot der holz schnitzerin an das ist nutzlos ohne seine andere hälfte doch du ahntest dass dies nicht die letzte begegnung mit ihr sein würde und jetzt kommt ein runenkampf und ich kann meine rune noch nicht nutzen weil er noch genau diese oben aufgeschraubte kopfhälfte fehlt ja mal es gibt hier irgendwo eine dritte sprechende karte ich persönlich hasse den kerl größte spaßbremse aller zeiten aber er ist der einzige von uns mit einem plan um alles wieder in den normalzustand zu versetzen dieser eingesperrte wolf er hat ihn aus einem grund verborgen die karte wirkt nutzlos doch ich glaube es steckt mehr dahinter was der eingesperrte wolf die karte habe ich doch schon aber die konnte nicht reden kann ich den irgendwie freilassen oder was das wäre lustig okay ich kann jetzt gerade mal nur den hermelin das hermelin den hermelin ins spiel bringen was die am flugfähigkeit doof wobei eigentlich nicht so doof dann machen die meinen kreaturen immerhin keinen schaden und ich habe bis jetzt erst ein knochenchip deswegen kann ich noch nicht mehr machen gut dann ziehe ich meine karte nach der eingesperrte wolf da haben wir ihn doch aber was soll ich damit der hat ja immerhin keinen angriff den spiel zu holen wir jetzt irgendwie doof ich kann nichts machen und ich bin schon fast tot ach die ballern ja auch vier angriff rein ich muss jetzt was ausspielen mist ich glaube ich habe die runde schon verloren okay nicht zwingend ich kann mir den hier einfach rüberholen jetzt habe ich zwei von meinen ressourcen aufgebraucht das reicht jetzt ja eigentlich schon damit bin ich wieder einigermaßen im grünen bereich auch ich könnte jetzt noch die stinkwanse noch rausbringen warum nicht soll die sich mal um den baumstamm kümmern und gewonnen mit drei überschüssigen schaden zwei überschüssigen schaden das eigentlich keine so schwere rechnung habe aber auch nur geschätzt so wolf das wolfsjunge kommt ins deck und ja jetzt kriegen kopf die alte holz schnitzerin erschien wieder vor dir wähle welcher natürlich habe ich die meisten von dem deck bei ratten hätte ich jetzt noch mal überlegt aber wölfe ist okay die alte frau pleckte zufrieden die zähne dein erstes totem war vollständig aber jetzt trage all deine hundeartigen kreaturen das siegel knochenkönig gut da der weg ist nicht so toll hier muss ich ein fell mitnehmen auch nicht so toll hier geht es direkt wieder in den runenkampf ist auch nicht cool dann gehe ich hier lang auf jeden fall und dann muss ich noch mal neu entscheiden wahrscheinlich dann eher den rechten weg ich wandle auf dem rechten pfade ein wolf in einem käfig aber wie kriegt man den auf soll ich die karte besiegen lassen gibt es noch eine schlüssel karte ein den wolfsjunge will ich jetzt nicht opfern aber irgendwas muss ich ja machen die würde den direkt töten das will ich nicht aber da die auch erst mal nur einen schaden macht ist das ok und seitlich unklug die greift ja seitlich an wo ist das stimmt ja immerhin hat er mir jetzt ein paar knochen da gelassen wieviel sind das sieht aus wie fünf sechs wären besser ich muss jetzt erst mal ziehen den frosch gut stinkwanze jetzt reicht es nicht mehr für den kojoten schade jetzt blockiert er die andere karte praktisch da ist der wolf wieder ich kann ihn jetzt aber nicht raushauen will ich aber aber nicht in dem kampf da habe ich ja niemanden den ich dem direkt entgegenstellen kann dann erst jetzt nochmal der ochsenfrosch aber nicht hier hin obwohl doch der greift ja immer null angriff an greift gar nicht an und jetzt könnte ich den wolf eigentlich raushauen aber die können den auch nicht besiegen die beiden das ist doch doof und dann würde ich den ochsenfrosch opfern nee das mache ich jetzt nicht eher den kojoten ja soll ich ihn einfach mal rauslegen aber das wird nichts bringen aber macht jetzt auch keinen großen unterschied für mich äh ochsenfrosch was hey so ja das befreit ihn jetzt auch nicht warum auch der hätte wahrscheinlich angegriffen und getötet werden müssen mhm ziel für den nächsten kampf so ich geh hier lang ich werde offen zu dir sein das fallensteller geschäft läuft schleppend nach meinen jüngsten niederlagen im kampf naja ich denke darüber nach meinen lebensbestand zu räumen was anderes zu versuchen fälle sind jetzt billiger wirklich dann hätte ich gern das goldene und das reicht auch ich würde mein deck nicht wieder so zumüllen aber vielen dank wir sehen uns wieder in kampf nummer drei bei bosskampf nummer drei gut vorher ist noch platz für eine kreatur sehr schön lebenspunkte gibt es hier und zwar für für ich habe noch keine wirklich guten karten ne das wolfsjunge dann ist die wahrscheinlichkeit größer dass es bis zu seiner entwicklung durch hält super und kampf ach da ist das fell direkt schon und blockiert mir eine Stelle für eine gute karte aber auch der wolfsjunge ist direkt da das wolfsjunge und kämpft gegen fliegende umso besser der coyote geht noch lange nicht da ist der wolf ach du schon wieder ja was soll ich machen außer angreifen in dem moment jetzt könnte ich den hermelin das hermelin die hermeline ausspielen wie guter hm ach da ist er schon wieder gut dann muss ich jetzt aber auch ähm aber ne ich kann den jetzt nicht eintauschen ich muss mit denen hier den schaden noch durchkriegen ja und da wird es auch schon kritisch wieder hm ich würde ihn ja gerne dem hier entgegensetzen aber das geht grad noch nicht aber wenn ich hier ein eichhörnchen hinpacke geht das in der nächsten runde aber dann wird der auch nicht mehr besiegt ne bis dahin habe ich gewonnen schade ja ja ich könnte jetzt noch das ganze ein bisschen herauszögern ja ich könnte jetzt noch das wird aber auch ganz knapp hier nicht passen schade ach schade keine karte mit der ich das noch rauszögern kann ja lass mich ich weiß es geht um den wolf nein behalt dein Lorbeerblatt ich hab grad andere probleme ich krieg den hermelin da jetzt nicht weg der drückt zu früh den schaden rein mist das mag ich ja gar nicht wenn man so karten bekommt die man vorher nicht mal gesehen hat knochen bitte noch ein kojote wow und oh vielleicht ein rattenkopf dann hätte nämlich jeder meiner ähm meiner meiner was ist das eichhörnchen ne alle mit entwicklungspotenzial das ist cool und der goldgräber im ersten bosskampf frostiger nebel waberte ringsum auf dich zu du warst nicht alleine eine gestalt tauchte aus dem nebel auf äh ich hab diesen boss so satt stellst du dich meinem gold in den weg verdammt noch eins äh was den eingesperrten wolf angeht was geschehe wenn er bereit würde der goldsucherboss schon wieder der hier gibt mir direkt vier knochen mit dem könnte ich dann direkt zwei karten ins rennen bringen ja und äh der kojote wäre stärker das heißt ich setz den hermelin auf den kojoten an und den kojoten auf den goldesel guter anfang glaube ich dann brauche ich gleich was um hier eine zweite karte rein zu packen da reicht die stinkwanze aber nicht für oh nein dieses fell ja gut dann das fell mein muli und das gepäck ja ich finde in der hinsicht ist der goldgräber doch eigentlich der beste gegner der beste boss den man äh haben kann hier aber der nervt mit diesem goldgedingse ich kann mir jetzt nicht alles unten mit monstern vollpacken um den schnell zu besiegen wieviel brauche ich denn noch zwei punkte noch durch ja das schaffe ich doch jetzt ohne noch einen rauszulegen oder ja locker dann habe ich dann noch ein fell äh zwei felder sogar noch frei ja okay ich bin ach ich darf sogar noch ziehen was ist los als zwei eichwännchen schon die natte ja komm der will echt freigelassen werden den kriege ich in jedem kampf auf die hand aber aber ja wo denn wie denn es ist gold in diesen karten hör doch auf ach gott lass den schutz gold ich bin auf gold gestoßen ja und jetzt machst du es wieder kaputt in den nächsten zwei runden wenn ich dich nicht daran hindere das ist nicht so schwach das ist nicht so schwach habe ich Knochen drei stück gut dann erstmal die Eichhörnchen ähm beide so setze ich den eingesperrten wolf vor den ausgesperrten wolf der macht den mir in zwei runden tot und vielleicht passiert dann was dann hätte ich noch ein Eichhörnchen um das Stinktier reinzuballern was mir aber jetzt gerade noch nicht viel bringen würde die Stinkwanze könnte raus also gut ich mach jetzt mal das jetzt weil ich wissen will was Sache ist und ah ne jetzt kann ich auch die Kakerlake raushauen ok aber ich will jetzt noch einschaden in der Runde oh ja da ist er frei kannst du reden jetzt ein eingesperrter wolf ah ne der ist immer noch eingesperrt aber kann jetzt einen Schaden machen das ist cool der kriegt anscheinend Schaden äh für jeden Angriff einen Schaden ähm brauche ich ein Eichhörnchen ja wäre praktisch dann könnte ich den Hund da fertig machen der nervt nämlich ein bisschen dann mit der Natale Angriff äh so hat er jetzt noch einen Angriff bekommen nein hat er nicht komisch ähm jetzt kann ich auch die noch alle rauspacken hier den coolen Joten mit Entwicklungspotential ist cool wieso hat der eingesperrte Wolf das jetzt nicht das ist auch eine 100 Karte egal der macht zwei Angriff der würde der würde den platt machen ja achso erstmal nachziehen natürlich ein Fell Wahnsinn so ähm riss jetzt ist die Runde gerade tot und ich krieg dafür einen Wolf und ich krieg dafür einen Wolf was das war's echt jetzt denk ich mir auch gerade der stirbt doch in der nächsten Runde jetzt ähm ja jetzt ist auch egal ich hab gewonnen und jetzt ist nichts weiter passiert mit dieser Karte das ist auch irgendwie tragisch traum ruhig dann hab ich mehr erwartet noch wirst du nicht zugrunde gehen cool hab ja gut gespielt vielleicht kann ich dich eine von diesen kann dich eine von diesen hier locken Mantisgott der heilige Mantisgott eine perfekte Inkarnation des Schreckens der macht aber nur einen Schaden in jede Richtung der Daus dieses dreckige Wildschwein es wird aufgebracht wenn seine schnell geschl wenn seine schnellen geschlagen werden ok und 7 7er ja ich find den Mantisgott cool tatsächlich ja always big Mantisgott ok du warst den wirren Blick des Goldsuchers los und saßt nach vorne wir brauchen eine andere Karte die Luft wurde feuchter und es wurde immer schwerer deine Stiefel aus dem Schlamm zu heben der mohrige Geruch abgestandenen Wassers stieg dir in die Nase du hattest das Sumpfgebiet erreicht juhu klingt ja verlockend oh ja die Ich-Karte da brauch ich gar nicht weiter gucken die nehm ich mir egal was da noch kommt und wir gehen links lang im Bestfall kommt da kein schwieriger Kampf oh ja da kann ich vielleicht direkt den Gottesanbeter oder die Ich-Karte heilen verstärken meine ich auf 6 oder ja komm 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 und dann muss der noch Stärke 5 bekommen damit er wieder so ein Instant-Kill machen kann ah die kommen das sind so welche die abtauchen das ist so als wären die gar nicht da gegen die kann ich nicht kämpfen die können mich nicht bloggen aber die machen jede Runde einen Schaden pro pro Eisvogel da muss ich irgendwie gegen halten war schwierig mit den Karten die ich auf der Hand hab der macht nur Arsch zurück aufs Brett ja freust du dich drüber oh ja so gewonnen ach ne noch nicht Mist aber so mach ich schon mal doppelt so viel Schaden wie die fast weil jetzt kommt in der nächsten Runde dieser Biber dazu oder sorry war kein Biber ja jetzt reicht's aber gute Runde gute Runde und Gratiskarten der Maulwurf ja der springt zu dem angreifenden Gegner hin glaube ich wenn ein leeres Feld getroffen wurde bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses Feld um den Schlag stattdessen zu empfangen kann man machen Klapperschlange oh jetzt ist es wieder schwierig ich nehme die Kakerlake so schwierig war es gar nicht so der Pilz du gerietest in eine Gruppe dicker streng riechender Pilze du kniffst die Augen zusammen und bemerktest eine Gestalt im inneren dichten Sporenwolke in einer dichten Sporenwolke wir sind die Pilzkundler ja ja und wir führen unsere Experimente weit entfernt von wir sind sonst nirgendwo willkommen wir werden mit deinem deiner Schar experimentieren wir werden zwei gleiche Kreaturen brauchen eine für jeden von uns habe ich schon doppelte? den Koyoten der wird jetzt gemetzgert ich glaube das könnte unschön werden sie weg ja ja nice die die Karte Koyote sie sind jetzt eins ja das ist cool Frankensteins Monster gefällt das ist mit mächtigen Karten bestimmt cool mit dem 7er oder so der wird dann zu einem 14er kostet dann aber immer noch ja was ist jetzt mit diesem Hund ey könnte mich mal irgendwer aufklären wie kriege ich den aus dieser ich habe ihn besiegen lassen ich habe ihn in den Kampf geschickt der hatte sogar eine Stärke zwischendurch das ist irgendwie irgendwas stimmt da nicht ach ich hätte ihn da hinsetzen müssen ähm ja toll der Mantisgott ich habe jetzt leider keinen Tribut den ich nehmen könnte ich könnte einen Zahn reinhauen dann oh ich habe die Runde gewonnen locker was denke ich überhaupt nach so das Höhlenquiz beziehungsweise das Rätsel was vier Angriffskraft oh das könnte ich sogar locker erreichen glaube ich die Knochenkosten und die Herzen ich nehme die Angriffskraft und ja ja nein schade nicht mal knapp vielleicht nächstes Mal ja vielleicht nächstes Mal oh noch ein Pilz ich habe aber keine doppelte Karte mehr und was jetzt passiert ist ziemlich cool hast du hast du uns zwei gleiche gebracht wir würden gerne experimentieren oh weh du hast du hast keine doppelten Karten nimmst du eine von unseren wir werden sie nächstes Mal verwenden ich kriege jetzt eine Karte die ich schon mal habe und die wird dann nächstes Mal verdoppelt doppelt verstärkt ähm dann den Mantisgott der ist cool glaube ich auch wenn ich ihn noch nicht im Kampf hatte aber der scheint mir sehr hilfreich zu sein gut toll ganz toll ich kann nichts ich kann nichts reinbringen und da haben wir eins zwei drei vier direkt vier Angriffskraft mhm ich kann nur ein Eichwärmchen ja ich will kein Eichwärmchen das bringt das nein das ist doof ne 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 die Runde verliere ich das steht eigentlich jetzt schon fest ich mache einfach mal was ich jetzt noch kann und ansonsten ich glaube ich finde das war's also nicht mal knapp der hat mich gerade einfach niedergemacht aber ich jetzt mit einer Kerze zum nächsten Boss wann wird ein würdiger Herausforderer erscheinen wann denn nur Ochsenfrosch Eisvogel und Ochsenfrosch doppelt den will ich aber nicht der nervt eher Eisvogel ist ne Dreckskarte wirklich da geht jeder Schaden durch und der macht nur eins pro Runde finde ich nicht so toll und die hier finde ich eigentlich auch nicht so geil weil das für mich so ne hoch teure Knochenkarte ist was kann die Leichenfresser wenn eine in deinem Besitz befindliche Kreatur im Kampf stirbt wird eine Karte mit diesem Siegel von deiner Hand automatisch auf ihr Feld ausgespielt nach Ausschlussverfahren war das die Karte die ich nehmen musste und jetzt wird nochmal was verdoppelt finde ich sehr gut hoffentlich ziehe ich die dann auch in dem Moment in dem ich sie brauche ja ich guck weg ist ok so der Fischer der Schlamm zog heftig an deinen Füßen und zwang dich deine Schritte zu verlangsamen ein widerlicher Gestank drehte dir den Magen um und trieb dir das Wasser in die Augen es waren die fauligen Fische die in den Zweigen um dich herum hingen ein riesiger Mann näherte sich ich glaub die Texte sind jedes Mal ein bisschen anders Fischen geh ja geiler Satzbau ey dieser eingesperrte Wall ey kann ich schon wieder nix machen Mann nur ein Eichhörnchen ins Blockade legen und den kann ich nicht mal blockieren auch nicht mit nem Eichhörnchen da bräuchte ich schon ein Fliegen bis für Mist ganz schlechter Start so ja ja du willst mir die letzte Karte klauen die ich hinlege finde ich ganz schön fies weil ich muss jetzt den Wolf legen aber du klaust dir noch nicht in der nächsten Runde oder? du gibst mir noch ne Runde dass ich noch mal handeln darf oder? ja ja war das mit shit neben Fisch fischen geh du bist ein bisschen beschränkt oder? kann das sein? oh man oh man oh man ja eine Karte die mir noch helfen kann aber ich kann nichts legen Mann der macht mir jetzt drei vier Punkte rein und dann habe ich mir noch einen fünf Punkte nein ah ok dann kann ich jetzt muss ich jetzt ach der hatte eh ein Loch äh ah ja Mist nein der hat sich entwickelt wird u mag ne 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 Gib mir deine Kamera Bleib hier Du brauchst dich nicht zu bewegen Ich fürchte, du bist noch nicht tot Halt still Hm, wo hab ich denn meine Kamera hingelegt Ja Ja Glaubst du wirklich, bla 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 Hast du irgendeine Ahnung, wozu diese Kamera imstande ist Her damit Glaubst du wirklich, ich bin so blöd und lasse den Film drin oder so Was hat der wahrscheinlich gesagt Wir haben ein Andenken zu erstellen Ja, dann mach Sieh mal deine Todeskarte Sollen wir anfangen, sie zu gestalten Bitte wähle eine Karte, an der ich die Kosten entnehmen soll Ja, nichts Danke Oh, ja, ja, Kraft und Gesundheit Vier und zwei, drei, ja Nice Ohne Kosten Dann kann der Siegel In drei Richtungen mit vier angreifen Boah In drei Richtungen Mit vier Angriffskraft Und keine Kosten Mega Wie nenn ich den Gebt mir ne kurze Denkpause Satans Hörner Ist doch gut Hm, das wird dem gerecht Weil der teilt aus wie ein Teufel Eine Sache ist jetzt noch übrig Ich muss dein Gesicht aufnehmen Willst du das wirklich? Sag mal Spaghetti Oh, du Opfer Oh, du Opfer